Hey, Mambo. Mambo Italiano. Hey, hey, Mambo Italiano. Tony ist mit seinem Job rundum zufrieden. Gute Bezahlung, flexible Arbeitszeiten und man hat viel mit Menschen zu tun. Shit. Tony ist freischaffender Auftragskiller. Auftragskiller. Das ist gut. Da müssen Sie mich jetzt aber umblasen, wo ich Ihr kleines Geheimnis kenne. Umpusten. Richtig heißt es, umpusten. Und nein, das wird nicht nötig sein. Die Mord ist mein Geschäft, Liebling. Bob, ich bin's. Sag mir bitte, dass du bei Puzo bist. Er hat seine Identität gewechselt, nennt sich jetzt Tony Ricardelli und behauptet, er sei Auftragskiller. Ja, das sieht ihm ähnlich. Hat er den Vertrag schon unterschrieben? 500.000 Euro. Die restliche Million bekommen Sie, sobald das Buch fertig ist. Nennen Sie mich Enrico. So wird aus Auftragskiller Tony der Mafia-Autor Enrico Puzo. Glaubst du wirklich, dass die Kleine dir das abkauft? Pippe, hör mal, wenn ich sie ein bisschen besser kenne, kann ich ihr ja alles erklären. Es klopft. Nur mein Herz. Na, großartig. Mit Rick Cavana. Enrico. Nora Tschirner. Münchener. Ich bin zu heut für den Kung-Fu-Scheiß-Dringer. Christian Tramitz. Herr Puzo, hallöchen. Sie sind ja ein echter Genießer. Nicht wahr? Wenn ihr wüsstet, wie scharf mich das macht. Axelstein. Ding Dong. Jemand zu Hause? Franconero. Und mit mir, Bud Spencer. Die Kleine hat richtig Feuer im Arsch, was, Tony? Wollen wir morgen Abend essen? Auf keinen Fall, das wird so nichts. Das kann ich gut enden. Also ja? Nein. Dann morgen um neun bei mir. Halb acht wäre besser. Mord ist mein Geschäft, Liebling. Ja, Schatzl, im Moment ist es ein bisschen schwierig. Was ist denn los? Wegen Kino? Ja, das können wir schon machen, aber nicht so ein Romantik-Schmarrn. Ab 26. Februar im Kino. I wish a falling star could fall forever.